Jo, hi, willkommen, mein Name ist der NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Lebensmittelhändler. Ja, heh, nein, noch nicht. Ich meine natürlich Tales of Xillia und ja, wir sind hier direkt am Aufleveln des Shops und wir haben so viele Level 3, äh, mal 3 Bonusse und die geben wir natürlich alle aus. Ja, ich glaube der Lebensmittelhändler ist ein bisschen wichtiger als der Objekt lernen, weil der braucht auch Blätter und jetzt haben wir keine mehr. Aber, nein, doch nicht. Okay, was noch? Und hier brauchen wir auch beide Steine, was ist das denn? Warum muss ich mich auch voll entscheiden? Ähm, der Rüstungslein ist schon ein bisschen zu hoch, deswegen machen wir das hier oder auch nicht. Ach, hierfür. Okay. Ha, hier haben wir aber viel. Äh, nein, hier. So, Level 35. So, die Schneide, Erdbrecher, kostbare Schatten. Und Rabatte. Okay. Mehr können wir gerade nicht. Beziehungsweise mehr brauchen wir noch nicht. So, dann holen wir uns erstmal wieder. Ähm, ne krimige Rinder-Schüssel. Galt und Erfahrung. Wir haben 20.000 Galt, geil. Galt ist geil. Na gut, ähm, blub, 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 blub. Ich gucke erstmal, ob ich vielleicht noch etwas hier reinballern kann. 30%. Maru Curry klein. Okay. Dann kaufe ich mir hier doch direkt ein paar Rezepte. Oh, nein, nicht niesen, nicht niesen, nein. Ich brauche kein Nies-Debüt. So, Debüt in meinen Let's Plays. Debüt. Okay. Zwei Kämpfe, fünf Kämpfe. Ja. Dann nehme ich lieber hier sowas. Und sowas. Und sowas. Und sowas. Und sowas. Und sowas. Was habe ich denn gerade gegessen? Oh, da wird von 35. Geil. So, da haben wir schon wieder 8.000 für Essen ausgegeben. Da muss man sich mal geben. Und haben wir uns schon hier oben umgeguckt. Ich weiß nicht, wir sind ja gerade erst in der Stadt hier angekommen. Wurde direkt von Steinen erschlagen und warum nicht? Ich meine, ja. Ernsthaft, warum nicht prüfen? Sirup, geil. Noch was? Ich komme einfach in die Wohnung von anderen und Klau. Da kommt man natürlich nur in japanischen Rollenspielen davon. Und einen heiligen Trank. Und die werden sogar auf der Karte markiert. Ich weiß nicht. Boah, meine Nase juckt voll. Ich muss wohl niesen gleich. Schatzgräber. Geil. Na gut. Ja, was müssen wir überhaupt machen? Suche Vivian, okay. Oder die Vivian. Vivian. So many of the statues have Beards. Wo? The allure of a well-keamed Beard transcends all cultural bounds. Behörde. Der hat keinen Kopf. Oh, was das für eine Musik? Ja, 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 ja. Was denn hier, oh Gott. Gibt es ja keinen Waffen an? Na, so ein Blatt ist ein allgemeiner Laden, oder? Weil man kann auch hier, ich gucke mich erst mal hier unten um. Hallo. Und wie es aussieht, sind hier Monster. Und wie es aussieht, sind hier Monster, ganz normal eine Tagesordnung. Könnte ich hier ja, könnte? Nein. Da kann ich nicht durch. Mein Gott, warum ist die Wiese so groß? Das ist bestimmt der Hut. Na gut, da kommen wir. Oder sieht noch aus, als könnte da was sein. Ergegen diese Viecher kämpft hier draußen, und die halten ja als Haustier, oder Gesprächspartner, oder Notfallration, keine Ahnung. Quest, hi. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder den Laden verlassen hat, um den Laden verließ, um herumzuhängen, wer nicht nutzt. Warum bin ich immer diejenigen, die ihn suchen und wieder herschleppen muss? Wahrscheinlich ist er wieder auf der Zagutstromtalwiese, aber allein kann ich mich nicht dorthin begeben. Was? Habt ihr mich beobachtet? Wirklich? Ihr werdet mir dabei helfen, ihn zu suchen? Vielen Dank. Mein Bruder hält es niemals lange an einem Ort aus. Das ist ein echtes Problem. Es gibt ein Boot, das euch zur Zagutstromtalwiese bringt. Es wartet nur einen kurzen Fußweg von ihrem Pferd. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm bitte, er soll nach Hause kommen, und dass meine Mutter und ich wütend auf ihn sind. Dann kommt er bestimmt nach Hause. Okay. Lass kommen nach Hause. Wir sind alle verdammt sauer. Ich bin sauer. Hier ist nichts mehr. Da seid ihr schon immer dran. Okay. Ich kann das Boot hier nehmen oder was? Ich bin echt hart. Saugutstromtalwiese. Ja, kein Ding. Dann wollen wir mal. Wenn er jetzt so ein Monstersgebiet ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, super. ich kann mich hier schon wieder voll spoilern um traben schwarz wieder aber lassen wir jetzt erst mal gehen wir wieder zurück und ich bin so groß wie der alte mann aber geließe ich bin nicht in diese ich bin kein kleines mädchen mit einer fliegenden puppe die man überall hin folgt hier ist die stadt übrigens schien da oder ich habe natürlich wieder voll vergessen wo wir die wie werden finden sollen wo sie sind sie irgendwo in käfigen drin das weiß ich hallo und du musst auch immer zu heilen ok nur kannst du wohl nicht eintreten haben wir zwar davor schon das versuchte du kannst du viel dagegen treten wie du willst du kannst sie sich nicht aufmachen nein ok so sah hey du siehst aus wie ein bieger und das keine flügel oder soll sein ich habe das ich habe ich schon richtig und wir sind hier schon richtig nur ein wo ist albin um ich nehme ich glaube schon wir und hier doch aus denn was mich an unsere tradition unsere legenden erlauben ist nicht euch ein vivian zu leiden warum sind wir jetzt dummköpfe wir sind hoch ausgebildete ich hab so das gefühl der schrank ist überhaupt hier er hat auch schon so ausgebildete alles klar wir noch mal zusammenhauen ich glaube da hätten wir glaube ich unser kolosseum für diesen für dieses tels aufspiel lieblings tiere alle auf einmal was man so much to much troll ja so much to much trolling for this let's play bla bla ich möchte mich aber ja noch umschauen wir haben wieder unseren body hier jetzt einfach mal in die gruppe ein teleportiert in die kampfgruppe und hi du bist ein questgeber das erkenne ich in dem ausdruck zeichen oder ist das research in the man behind the statue master hemming an historien at least when i'm not teaching the name is carla carla und was your name you know some of the children i teach her right around your age and how old are you 12 12 12 huh i know why don't we have a little pop quiz think you can pass wait a quiz okay there's an arena here in shandu where all the different tribes compete do you know who holds the record as the youngest champion ever the youngest champion ever who gives a quiz before teaching a lesson she can't answer if she doesn't oh wait at least look correct good job oh dear i'm afraid i'm running late i hope to see you later okay gemäß in dem gespräch erst aufgefallen dass mich dieses katze hundengespräch irgendwie ein test of christmas effekt hat da gab es auch irgendwie sowas warum bin ich ein blitz merker das ist da wird jetzt jetzt auffällt so was haben wir hier so dann erkunden wir würde ich mal sagen den rest der stadt im nächsten pass kommen wir hin ok ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten part tschüss